Den siehst du gar nicht auf dem Bild so richtig. Ne, macht nix. Ein Großwolf. Der läuft schöner. Gleichmäßiger. Der durchstimmt den Quadruppen. Der durchstimmt den Quadruppen. Der durchstimmt den Quadruppen. Dann drömst den Quadruppen. Der wirst dort einen Quadruppen ejercitiert. Der durchstimmt den Quadruppen. Der durchstワf die Luft aus dem Quadruppen. Ja, 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 ja.